Herr EZ, der fachkundige Autoverkäufer, mag es sportlich und mutzt sein Auto am liebsten mit stylischen Felgen auf. Er empfiehlt deshalb den Ford Explorer. Und für die Montage empfiehlt er Christian Degert, den Automechaniker, der garantiert immer eine Lösung hat. Wir sind die Emil Frey in Münchenstein. Wir sind die Emil Frey.